Wie ist die Bitcoin-XXL-Analyse? Wie ist die Bitcoin-XXL-Analyse? Wie ist die Bitcoin-XXL-Analyse für Sie mitgebracht, damit Sie verstehen können, was Sie circa im Jahr 2024 zu erwarten haben vom Bitcoin-Preis aktuell, wie wir den Markt sehen, ob wir vielleicht sogar nochmal investieren würden oder eher nicht und wie wir unser aktuelles Bild sehen. Das Weitere möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir davon ausgehen, dass wir jetzt nun einen harten Short-Squeeze sehen werden. Das bedeutet, die ganzen Short-Positionen werden aus dem Markt gespült. Es sind aktuell unfassbar viele Short-Positionen im Markt und wir gehen daher durch aktuelle Struktur davon aus. Und ja, schauen wir es uns kurz mal gemeinsam im Detail an. Aktuell sehen Sie, es sieht nach wie vor sehr, sehr valide aus. Wir haben uns das Ganze angeschaut. Wir bleiben auch dabei. Das sieht nach wie vor interessant aus. Und wir zeigen Ihnen jetzt ein übergeordneten Bild, dass wir hier unserer Meinung nach vermutlich nun etwas höher kommen werden und dann den Abverkauf sehen. Das bedeutet, beide Varianten für uns sind hier valide und diese Box entsprechend würde dann etwas höher kommen. Ja, das Ganze werden wir dann nachziehen, wenn wir hier das perfekte Top haben. Das bedeutet, wenn wir dieses Top haben, dann können wir auch entsprechend diese Box im Detail nachziehen und dann können wir hier auch nochmal Details geben. Wir haben das Ganze aber bereits im Detail dabei. Da werden wir jetzt gleich nochmal in Ruhe darüber sprechen, wie sich es mit Bitcoin nun weiterhin verhält im Jahr 2024. Das ist hier so der Count, den wir persönlich sehen und da schauen wir es uns jetzt gemeinsam mal an, was wir hier in den kommenden Monaten erwarten. Das ist und bleibt hier unserer Meinung nach das aktuelle Szenario. Wir haben hier aktuell keine Alternativen mehr auf dem Chart. Weshalb nicht? Weil das für uns ein Szenario ist, das sehr, sehr gut aussieht. Und wenn es dann in eine andere Richtung läuft, dann werden wir es entsprechend kommunizieren und werden das Ganze dann auch entsprechend abändern. Aber solange jetzt wir hier nichts anderes sehen, ist das der Untercount. Das heißt für Sie, das ist übergeordnet, das große Bild, dass Sie verstehen, was wir für Möglichkeiten haben nun. Und wir möchten nochmal darauf hinweisen, wir haben das Bild bei dem Preis von ca. 27.000 hier unten erstellt. Das ist hier unsere persönliche Meinung, als wir hier waren. Das hat sich sehr gut ausgespielt. Jetzt haben wir das neue Bild und das werden wir kurz mit Ihnen im Detail mal besprechen, wie wir das aktuell sehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir auf jeden Fall ein neues All-Time-High sehen werden. Zum einen, dass wir einen massiven Short-Squeeze sehen werden. Das bedeutet, sehr, sehr viele Short-Positionen werden liquidiert. Denn es sind aktuell mehr Short-Positionen auf diesem kurzen Wege hier im Markt. Und wenn wir das gesehen haben, dann folgt ein scharfer Abverkauf. Wir schauen uns das Ganze mal circa an. Der Abverkauf wird dann circa um die 23% sein. Das heißt, hier wird es nochmal massiv und dann nach unten gehen. Das Ganze wird dann entsprechend hier aufgekauft werden in der Zone zwischen 52.000 und 56.000. Von dort werden wir einen erweiterten Anstieg sehen, dieser aktuell 89.000 bis 94.000 gehen könnte. So unsere persönliche Meinung. Und danach sehen wir dann hier den massiven Abverkauf. Aktuell die Zielbox noch sehr groß, 39.000 bis 48.000. Wie gesagt, da brauchen wir dann hier etwas mehr Details, sobald wir dann auch mehr gelaufen sind. Das ist mal circa unsere persönliche Meinung aktuell. Und danach starten wir mit dem Golden Bull Run. Das bedeutet für uns, dass der sehr starke Zyklus beginnt. Und für alle, die entsprechend schon mal auch am Markt dabei waren. Das ist dann der Moment, wo es dann richtig die grünen Kerzen schlägt. Das ist der Moment, auf den alle warten. Und dieser Moment, diesen sehen wir hier innerhalb dieser Box. Und ja, müssen wir ganz klar sagen, wie es vom zeitlichen Abwand, natürlich, weil wir immer gefragt werden, RSFM, wie sieht es denn hier zeitlich aus, können wir ehrlicherweise hier nicht sagen. Zeitlich ist es immer sehr schwer. Wir gehen aber davon aus, dass wir entsprechend circa Mitte bis, ja, das letzte Drittel vermutlich hier unten stehen werden, des Jahres und von dort dann massiv ausbrechen werden. Dann circa vermutlich August, ja, September bis dann entsprechend vielleicht sogar noch April, Mai, Juni bis 2025. Dort wird unserer Meinung nach dann das absolute Top gefunden des gesamten Marktes. Und da werden wir dann auch alles final spätestens abverkaufen, denn dann folgt danach ein massiver Crash. Und das können wir auch an dieser Stelle nur mitgeben, wer in diesem Markt partizipiert wird, in diesem Markt dabei ist. Es ist immer wichtig, Danke zu sagen, Gewinne mitzunehmen. Das ist unsere persönliche Philosophie, Meinung, Arbeitsweise. Und ja, lassen Sie doch gerne mal einen Like da, wenn Ihnen der Gesamtausblick gefällt für 2024. Und wie gesagt, unserer Meinung nach gibt es hier keine Alternativen. Das ist hier unser Chart. Und ja, solange der valide bleibt, werden wir diesen nun entsprechend kommunizieren. Werfen wir mal direkt einen Blick auf Ethereum. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, wie sehen wir den Chart. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir direkt auf die 4000er Marke zusteuern. Das heißt, auf direktem Wege, ohne dass wir nochmal diesen Umweg gehen. Wir haben hier diesen Peak nach unten gesehen. Dieser könnte ausreichen. Und dann würden wir hier entsprechend auf die Zone von 4000 Dollar nun zusteuern. Das ist und bleibt für uns sehr, sehr valide, ja, das Szenario, dass wir nochmal auf die 4000 kommen. Und sollten wir dann die 4000 sehen, dann erwarten wir einen endlichen Abverkauf für Ethereum. Und dann werden wir auch entsprechend wieder eine Zielbox kommunizieren, wo wir persönlich sagen, dort lohnt es sich dann gegebenenfalls nochmal einzusteigen. Und unserer Meinung nach ist und bleibt das auch dann die einzigste Möglichkeit, nochmal sehr, sehr gut an diesem Markt zu partizipieren. Diese kleinen Unterboxen würden wir nicht entsprechend aufkaufen. Auch würden wir dringend davon abraten, beispielsweise solche entsprechenden Kürse einzukaufen. Weshalb? Weil wir arbeiten ja entsprechend anders. Wir arbeiten ohne DCA. Das bedeutet, wir investieren meistens in der unteren Zone und verkaufen dann wieder in der oberen Zone. Wenn Sie jetzt, wir geben Ihnen ein Beispiel, weshalb wir finden, dass diese Strategie nicht sehr gut ist. Wir zeigen Ihnen beispielsweise, wenn wir jetzt hier abverkaufen, zum einen haben Sie die Box nicht erreicht, Sie sind nicht im Markt. Sind Sie doch im Markt, dann kann sein, steigen Sie jetzt etwas, Sie freuen sich, ja, ich mache etwas Profite. Danach kommt die scharfe Korrektur, beispielsweise bis 2600. Sie hätten einen deutlich, deutlicheren, besseren Preis bekommen. Das bedeutet, mit Ihrem Investment, wenn Sie es dann wirklich an der Spitze erwischt haben, würden Sie beispielsweise erstmal 20% im Minus sitzen und müssten dann auch wieder warten, bis der Kurs nach oben fährt. Unsere Strategie ist hier eine andere. Wir warten entweder auf die großen Rücksetzer oder im besten Fall, wie gesagt, so arbeiten wir zu 100%. Wir kaufen momentan nichts nach, in keinem der Märkte, sondern wir sind wirklich nur am Boden und am Top im Best Case. Und wie gesagt, da gibt es genug Akkumulationszeit. Wenn niemand über Kryptos redet, dann sollte man investieren. Wenn alle wieder über Kryptos reden, dann sollte man verkaufen. Und wenn Sie beispielsweise zum Bäcker gehen, zum Metzger gehen und gefragt werden, ja, Sie gehen dort schon zehn Jahre hin, haben Sie mal was gehört von Bitcoin und soll ich da auch einsteigen? Dann ist es ein gutes Zeichen zu verkaufen. Denn wie gesagt, wenn jedermann und jede Frau darüber spricht, dann ist es meistens zu spät, an diesem Markt einzusteigen. Das einfach mal von der Psychologie und von den Zyklen her geben wir das gerne mal mit. Und ja, deswegen aktuell für uns hier absolut kein mögliches Investment. Das ist unsere persönliche Meinung. Die Märkte sind schon sehr gut gelaufen. Es gibt noch ein paar sehr gute Altcoins, wo man jetzt einsteigen kann. Aber für Bitcoin und Ethereum ist unserer Meinung nach hier der Zug abgefahren. Außer, wie gesagt, unsere Meinung, wenn wir hier nochmal diesen massiven Drop hier sehen werden. Das ist der einzigste Bereich, denn dann werden wir im Best Case Kürse bis zu 10.000 Dollar sehen. Und dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit von dem X4. Und das ist dann für uns auch ein sehr schönes Investment, wenn wir nochmal an X4 gehen können. Der Nachteil wiederum ist es, dass Sie natürlich entsprechend von der Steuer her, wenn Sie in Deutschland leben, ein Jahr und einen Tag Haltefrist haben. Das bedeutet, wenn Sie jetzt auf diesen Rücksetzer warten, dann vergeht natürlich auch etwas Zeit, dass wenn Sie hier entsprechend einsteigen würden, nochmal mehr Zeit von der Uhr nehmen würde. Das mal kurz für den Gesamtüberblick, für unsere persönliche Meinung, wie wir investieren, zu den aktuellen Kürsen zu Bitcoin und Ethereum im Detail. Und jetzt prüfen wir uns dann Solana. Wie gesagt, für uns nochmal, sobald wir das Top haben hier lokal, werden wir das entsprechend shorten. Und natürlich auch werden wir schauen, dass wir hier die Gegenbewegung mitnehmen. Dann nochmal kurz eine Info für alle, die Long gehen möchten, Short gehen möchten oder wie gesagt, das ganze Thema interessiert. Wir arbeiten hier ausschließlich mit BitGuard zusammen. Dort handeln wir unsere Futures. Unterhalb der Videosektion finden Sie dort unseren Link. Und dort gibt es bis zu 30.000 US-Dollar Einzahlungsbonus. Dann gehen wir direkt weiter zu Solana. Schauen wir uns mal Solana an. Was bringt Solana mit? Was bietet Solana und was haben wir hier für eine Möglichkeit? Wir haben hier Solana auf unterschiedlichsten Chartbildern. Das heißt, zum einen durchgecountet, zum anderen mit den Widerständen. Und wir haben Ihnen heute mal ein schönes Abbild aus Solana gezaubert. Was hier möglich ist, das ist hier eine mögliche Parabola. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Chartpattern. Und wenn sich so eine Parabola ausspielt, dann gibt es gewisse Markanzen. Diese gewisse Markanzen bringt Solana hier mit. Und deswegen hat auch Solana nun die Möglichkeit, hier auf ein neues Allzeit hochzugehen. Das bedeutet hier All-Time-High. Und danach gibt es dann den Crash, den sogenannten Abverkauf. Das ist hier für aktuell unsere persönliche Meinung zu Solana. Und wir auch hier müssen ganz klar sagen, bei Solana wird noch mal massiv runterkommen, massiv droppen. Wir sehen hier die aktuelle Zone. Wir haben sie Ihnen mal mitgebracht. Wenn wir jetzt hier ansteigen sollten, so massiv 90 bis 116 bereits jetzt. Dort wird unserer Meinung nach der Kurs noch mal droppen. Und wenn er dann quasi so runterkommt, dann haben wir die Möglichkeit, hier die Gelegenheit noch mal zu nutzen. Für uns aber, wir sind auch hier bereits längst investiert, wie gesagt, es gibt deutlich bessere Coins, die noch nicht so heiß gelaufen sind. Die mögliche Parabola, was hier entsprechend Solana bietet, wäre wie folgt, dass wir nun massive Anstiege sehen. Weitern hier in diese Box rein, im Bereich der 200er Marke. Dort, dadurch, dass die 200er Marke natürlich auch sehr stark ist, auch was der Widerstand angeht, werden wir hier uns etwas aufhalten und dann werden wir noch mal einen massiven Ausbruch sehen. Und dieser wird dann entsprechend zu neuen All-Time-Highs führen, bevor wir dann vermutlich final abverkauft werden. So ist unsere aktuelle persönliche Meinung zu Solana. Wir gehen davon aus, wir haben die Möglichkeit und es ist wichtig zu verstehen, wenn wir diese parabolische Bewegung sehen, dann ist diese so lang aktiv, bis wir hier keinen Bruch sehen. Aber auch wichtig, diese Parabola kann immer wieder brechen, auch viel, viel früher. Die muss hier nicht bis zum Top gehen. Und dass sie bis zum Top geht, ist das Best-Case-Szenario für eine Parabola. Das bedeutet, dass das Best-Case-Szenario, wenn genug Momentum im Markt ist, wenn genug Nachfrage da ist, sich Solana quasi bis ans Top durchschieben kann. Das ist das Best-Case-Szenario für eine Parabola, wenn Solana sich hier durchschiebt. Und wir möchten auch ganz klar dazu sagen, er kann natürlich auch hier runterbrechen und dann würde es hier weitergehen. Diese Möglichkeit haben wir selbstverständlich, aber solange wir nun hier diese parabolische Bewegung aufrechterhalten, werden wir diese unserer persönlichen Meinung nach verfolgen. Und wenn wir dann am Top sind, dann werden wir hier nochmal diese Parabola mitbringen und werden Ihnen dann unserer Meinung nach mitgeben, dass es jetzt nun an der Zeit ist, hier auch Danke zu sagen, gegebenenfalls Profite mitzunehmen. Und ja, das ist für uns der aktuelle Stand hier für Solana. Mögliches Crash-Szenario ist auch gleich dabei, mögliche Nachkaufslevel sind auch dabei. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen dadurch einen Mehrwert geben. Solana ist nun ausgebrochen. Und ja, wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend. Lassen Sie gerne einen Like da, freut uns immer wieder. Wir wünschen Ihnen nun einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao. Danke sehr.